Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hingucker. Es geht um dieses helldunkel gestreifte Gebäude. Das steht in Jena. Das ist also quasi ein Heimspiel für mich. Und weil man über dieses Gebäude so viel sagen kann, gibt es da tatsächlich auch zwei Videos drüber. Eins von außen und eins von innen. Dieses Gebäude ist brandneu, ist gerade fertig geworden. Und da ist der Bürgerservice, also sozusagen das Bürgeramt der Stadt Jena untergebracht und die Stadtbibliothek, die heißt hier Ernst-Abbe-Bücherei. Diese Art Fassade ist, da wollen wir gleich nicht drum herum reden, allgemein verhasst oder sagen wir mal umstritten. Gegenüber sehen wir hier sowas, das ist so spätes 19. Anfang 20. Jahrhundert, denke ich doch mal. Und der Neubau, der hat diese hellen und dunklen Elemente. Ich will nur mal andeuten, dass es durchaus Bezüge zwischen den Bestandsbauten und diesem Neubau geben könnte. Unter anderem ist es so, dass das verwendete Material auf die regionalen Gegebenheiten abgestimmt worden ist von der Farbe her. Da werde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Insgesamt sehen wir, das ist eine dieser Fassaden, die gerne als Strichcode, schwarz-weiß oder Rasterfassade bezeichnet werden. Wobei, wenn man sorgfältig hinguckt, sieht man, es gibt hier keineswegs ein Raster. Der Rhythmus von hell und dunkel und von diesen Rippen ist auf jedem Geschoss unterschiedlich und auch ungleichmäßig. Hier nochmal was, was zu meiner Textfolge von Neulich passt. Hier sind so Schlüsselschalter in der Wand, die wahrscheinlich was mit Zugang im Brandfall oder so zu tun haben. Und hier, das ist auch sowas, was man in größeren Gebäuden immer wieder sieht. Da sind die Einspeisungen für die Steigleitungen. Man sieht daran auch, es gibt mehrere Steigleitungen, es gibt mehrere Treppenhäuser. Das ist offensichtlich ein großes Gebäude. Hier können wir auch nochmal ein bisschen meinem Faible für Untersichten nachgehen. So sieht dieser Überhang von unten aus. Jetzt gehen wir mal um die Ecke. Da rechts sieht man so einen Rest historischer Bau. Das ist das letzte, was übrig ist von dem Kloster, das hier früher stand. Das wurde von dem Gebäude umbaut sozusagen. Hier gucken wir nochmal rüber auf die andere Straßenhecke. Und da nochmal der Blick an der Wand entlang, Richtung Stadtzentrum. Was man hier sieht, ist eine Spezialität von dieser Art von Fassade. Durch diese regelmäßigen vertikalen Rippen, sogenannte Lysenen auch in der Fachsprache. entsteht, wenn man spitzwinklig dran entlang blickt, eine geschlossene Fläche. Und wenn man in weniger Spitzenwinkel draufschaut, sieht man auch das, was zwischen diesen Rippen ist. Diese Fassade ist schmucklos. Und das Einzige, was sozusagen einen dekorativen, einen ornamentischen Charakter hat, ist eben diese rhythmische Anordnung von hell und dunkel und von diesen vertikalen Lysenen. Wir sehen, dunkle Elemente sind natürlich dort, wo Fenster sind. Es gibt aber auch dunkle Elemente ohne Fenster. Die sind dann trotzdem mit Glasplatten verkleidet, soweit ich das gesehen habe, damit die Spiegelung übereinstimmt mit den Elementen, wo es Fenster gibt. Dieses Gebäude hat einen relativ komplizierten Grundriss, weil es in eine komplizierte Baulücke reingestellt worden ist. Deswegen gibt es da auch viele nichtrechte Winkel. Und manches ist handwerklich ziemlich aufwendig. Zum Beispiel hier, wie dieses Pflaster da reingeführt worden ist. Finde ich ganz bemerkenswert. Wir gehen jetzt weiter in die Richtung des zweiten Eingangs. Wir waren eben vorne dort, wo der Bürgerservice ist. Und man sieht hier an diesem Übergang mit diesen unterschiedlichen Geschosshöhen, da sind zwei Gebäudeteile, in denen es unterschiedliche hohe Decken gibt. Und da oben kann man einen Wasserspeier sehen, der durch diese Platte durchgeht. Und da sieht man auch, da ist sozusagen so ein erhöhter Rand, man sagt Attica, um das Dach herum. Und hier sieht man mal diese Fassadenelemente aus der Nähe. Da kann man sich fragen, was ist das für ein Material? Ist das Beton? Das sieht für Beton irgendwie ein bisschen zu glatt aus. Aber das ist tatsächlich Beton. Der ist armiert mit Glasfaser. Das sind Fertigteile und dieser Beton enthält Muschelkalk, um seine Farbe an den regionalen Naturstein anzupassen. Und was ich interessant finde, ist, dass die Struktur, die Farbe von Element zu Element immer ein bisschen unterschiedlich ist. Also das ist keineswegs eine völlig monotone Fassade und vom Farbton stimmt die erstaunlich gut mit den historischen Bauten, die in Jena häufig so Kalkstein, Erdfarben sind und vor allem natürlich auch mit dem Kalk der Berghänge und so. Das passt alles zueinander und das changiert auch farblich so ein bisschen. Es kommt hier teilweise nicht super zur Geltung, weil das Licht auch leider nicht so gut ist. Jetzt gehen wir um dieses historische Stück Klosterruine herum. Hier nochmal der Blick auf die Stelle, wo die Geschosshöhen aneinander anstoßen, die unterschiedlichen. Der Blick unter dem Überhang durch, wo der Bibliothekseingang ist. Was auch ganz interessant ist, diese Klosterruine, die hat eine Dachkonstruktion bekommen, 2017 glaube ich, die ist nur temporär. Da soll, zumindest habe ich das vorletztes Jahr so gehört, ein Steildach draufkommen, zumindest angedeutet. Also das Denkmalamt hat das irgendwie zur Auflage gemacht. Damit man sieht, wie hoch dieses Dach früher war. Wie das genau passieren wird, ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig raus. Ich finde, man kann hier auch ganz gut sehen, dass die Farbe des historischen Mauerwerks und die Farbe dieser Glasfaserbetonfassade tatsächlich zusammenpassen. Das finde ich übrigens auch noch ganz interessant, diese Metallklappe da, da ist eine Steckdose und ein Wasserhahn dahinter. Hier nochmal ein Detail. Diese Scheiben über und unter den Fenstern, gleich sieht man sie nochmal. Das ist auch Glas. Also das, was die Fassade nach außen hin vertikal zeigt, ist eigentlich alles Glas oder dieser kalkfarbene Beton. Man sieht auch, dass die Fensterrahmen aus Massivholz sind. Das finde ich bei Neubauten in letzter Zeit häufig ganz interessant, dass da so massive Holzfenster verbaut werden. Ja, und hier kann man sehen, dass da ein Elektrokabel aus diesem Kasten rauskommt. Ich habe vorhin schon gesagt, diese vertikalen Elemente sind auf jedem Stockwerk anders angeordnet. Das liegt auch daran, dass diese horizontalen Stahlprofile dazwischen sind. Und da sind überall solche Kabel oder wie auch immer man das nennen will, drauf. Da kann man es auch, wenn man daneben steht, leise ticken hören. Das ist eine Taubenscheuchanlage, also dadurch soll verhindert werden, dass sich da Tauben hinsetzen. Also insgesamt sind diese horizontalen Bleche wahrscheinlich auch dafür geeignet, dass da nicht so viel Schlagregen auf die Fassade kommt. Jetzt gehen wir mal ein Stück um die Ecke. Das ist das Theaterhaus. Das ist ganz interessant an dieser Stelle auch. Das ist der Bühnenturm des früheren Theaters. Da wurde zu DDR-Zeiten das Zuschauerhaus abgerissen. Und dieser Platz, auf dem jetzt jedes Jahr ein Open-Air-Festival ist, der blieb erhalten. Und es steht eben nur noch der Bühnenturm. Hier gehen wir nochmal auf den Neubau zu. Da sieht man oben drauf, da ist so ein Technikgeschoss mit so einer Fassade aus irgendwelchen Lamellen. Das ist auch heutzutage typisch, dass man solche Heizungs-, Lüftungskühlanlagen oben auf so einem Gebäude, dass man die nicht einfach offen rumstehen lässt, sondern dass man da so einen Kasten drum herum baut. Und hier nochmal ein Blick auf die Terrasse mit etwas sehr Jena-typischem. In Jena gibt es auch völlig viele Gebäude mit Sonnensegeln, was einfach daran liegt, dass hier jemand Sonnensegel herstellt. Hier rechts die Brandmauer von dem Altbau. Die wurde im Zuge des Neubaus anscheinend neu verputzt und soll jetzt begrünt werden. Da erkennt man, man hat also den Neubau nicht nahtlos an den Altbau angeschlossen, sondern Platz gelassen, damit man da durchgehen kann. Coole Sache, dieses Teil, von dem man sich fragen könnte, warum so ein überdimensioniertes Betonsitzmöbel, wenn wir mal hinten dran gucken, das ist ein Lufteinlass. Wahrscheinlich für so einen Erdwärmetauscher. Ihr erinnert euch, da hatte ich in meinem Hintergrundposting neulich auch davon geschrieben. Mittlerweile ist das Wetter ein bisschen schöner geworden, ein bisschen mehr Sonne und da kommt auch die Betonfarbe besser zur Geltung. Ich habe vorhin schon gesagt, solche Fassaden sind allgemein verhasst und dieses Gebäude ist deswegen auch schon hinreichend beschimpft worden, habe ich jetzt gerade gesehen. Aber ich finde, wenn man diese Fassade als solche ernst nimmt... Dann ist da durchaus was abzugewinnen. Und ich finde auch, sie spielt einfach dadurch, dass sie so neutral ist, auf eine gewisse Weise mit dem allem, was hier drumherum ist. Das hat schon was. Durch diese städtebauliche Situation mit diesen verschiedenen fragmentarischen Sachen, da dem Theaterhaus, der Klosterruine und den Altbauten und dass ein Teil des Gebäudes hier in eine Baulücke in der Neugasse reinragt. Da ergeben sich auch von innen dann ganz viele interessante Blicke, da kommen wir auch noch drauf in dem zweiten Video. Noch eine letzte Sache, also um diesen Bau rum wurde der Neubau gezogen. Und das hier ist eine der Lampen, die in diesem Zusammenhang aufgestellt wurden, mit so einer kleinen LED-Lampe da oben, die nach unten leuchtet. Ich gehe davon aus, dass diese Lampen auch deswegen ausgewählt wurden, weil sie eben nach unten strahlen. Da oben sieht man noch eine andere am oberen Ende der Treppe. Warum ist das wichtig, dass solche Leuchten im Außenraum nach unten strahlen? Wegen der Lichtverschmutzung. Allgemein versucht man, Lichtverschmutzung einzuschränken und da in Jena gibt es auch eine Richtlinie dazu, glaube ich. Das ist unter anderem deswegen wichtig, weil unkontrolliertes Beleuchten bei Nacht Insekten anzieht und das hat allerlei Nachteile für die Insektenwelt. Und das ist jetzt der Teil des Gebäudes, der den Abschluss bildet. Da ist der Verwaltungseingang und der sich in diese Baulücke in der Neugasse sozusagen einklingt. Da kann man jetzt gleich rechts noch erkennen, auch da schließt die Altstadtbebauung an. So viel von außen. Ich habe euch versprochen, es gibt noch ein zweites Video, da zeige ich die neue Bibliothek von innen. Also bleibt mir gewogen und bis demnächst. Ciao. 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 Ciao.